Hallo und herzlich willkommen zu Subnautica. Ich stelle mir gerade etwas Silikon-Gummi her, das ich gerade unten im Wasser gefunden habe, bei diesen Schlinkpflanzen. Und ja, damit kann ich jetzt Schwimmflossen herstellen. Das heißt, ich kann also jetzt schneller schwimmen. Ja. So. So, meine Schwimmschlossen habe ich jetzt hier. Alles klar. Wandelsfertikale Bewegungen der Gliedmaßen und der Wasser-Info als Bewegung. Äh, guck um. So, bin ich jetzt 15% etwas schneller. Hier waren die gelben Dinger, können wir hier eingesammelt. So, kann ich daraus noch etwas anderes herstellen? Oder die irgendwie loswerden? Schmierstoff? Ah ja. Warum nicht? Weil ich mich da schon mal herstellen kann. Ah, ja, guten Fahrzeug habe ich ja noch nicht. Nochmal ein Setten dran. So, und dann... Silikon-Gummi könnte ich noch weiter herstellen. Oder... Was hätte ich noch zum Beispiel? Was hätte ich noch zum Beispiel? Noch meine kleine Taucher... Feuer... Ne, lass es mal. Ähm... Ne, 1, 2, 3, 4... Alter, die nehmen so viel Platz weg, das ist unglaublich. So, hier ist jetzt ein Schmierstoff. Zweimal. Ah, ich kann die Dinger auch nicht ablegen, ist das blöd. Wenn ich jetzt die bei mir habe, dann... kann ich leider nicht ablegen, ne? Ne, kann ich auch nicht benutzen. Das ist dumm. So, das ist mein zweiter Behälter. Das ist auf und dicke Ei, Alter. Ähm... Kann ich die nicht einfach so irgendwie loswerden? Fallen lassen. Die nehmen eindeutig viel zu viel Platz weg. So. Jetzt fahren die dann langsam da unten. Ähm... Ja, mit die Eier war das ja auch nicht. Ich meine... Hm. Ich will die ja auch nicht mitnehmen. Ja. Äh... Da ist auch alles voll. Okay. Äh... Kann ich denn noch einen Behälter herstellen? Äh... Was muss ich denn da nochmal haben? Ben? Ne... Elektro-Dinger? Nein. Ähm... Ne... Da sind die Werkzeuge. Äh... Da brauche ich viermal Titan. Drei habe ich. Moment. Da sind doch noch hier. Drei habe ich bei mir. Genau. Einen nehme ich noch mit. So. Dann nochmal einen Behälter. So. Eieieieieieiei... So. Behälter. Freilassen. Rubrem. So. mal hier aber moment ich brauche ich brauche mein scanner was ist jetzt die der rein macht die ist ja genau die eine habe ich bei mir ist auch die hallo nein so dann suche ich mal weiter hier um bis ich irgendwann irgendwas gefunden habe was wichtig ist aber ja die sind ja so keine ahnung selbstmörder so mitnehmen hier ist auch wieder was hallo mitnehmen mitnehmen ok muss erst mal raus so Oh. Nein, damit... Ja, was? ja hier findet man viel aber zum teilen nicht das was man vielleicht unbedingt noch braucht ich nehme erstmal das mit was ich so kriege ja genau wow und dass der einen trotzdem nicht krieg er noch krieg nein ich wollte kein foto machen ja ok wo 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 da hinten gut erst mal er will ein bisschen aufladen meine energie so es bringt ja auch von mir wieder einiges gesammelt hier kupfererz titanen oben wieder kurz das ding ist voll hier weiß nicht ob ich das dicke ei irgendwann mal brauchen kann aber gut da passt nix mehr rein doch hier ist es auch doch vielleicht keine ahnung was ich da habe ich die zu viel gemacht oder ich weiß es nicht da ist ja auch schon einiges drin ok und hier oben ist auch alles voll da kann man die eier irgendwann wieder nach kochen oder was ich weiß es nicht hier bin wenn ich hier bin um erstmal wieder nur vor Warte mal, was könnte ich denn... Also ne, da brauche ich ja noch einiges für, was ich nicht habe. Silikon-Gummi, ja das hätte ich, aber Höhlen-Spiefel habe ich noch nicht gefunden. Hm... Silikon-Gummi... Ich könnte ja mal Silikon-Gummi herstellen, warte mal... Wenn ich das jetzt hier so herstellen kann... Äh, zwei Stück... Ah ja, die habe ich jetzt auch wieder frei gelassen... Aha... Moment, hier unten liegen die ja noch... So... Ähm... Silikon-Gummi... Gummi, 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 Gummi... So, dann... Ausrüstung... Ne... Ähm... Werkzeug... Hier, Feldmesser... Das will ich haben... Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxis Prime. The knife remains the only exception. Gut... Ich habe ein Messer... Juhu... Hehehe... So... Ach... Ach... Na dann... Mal gucken... Oh, hier ist davon so ein dicker Stein... Zack... Äh... Äh... Habe ich einmal erwis... Habe ich einmal erwis... Äh... Äh... Hm... Bumarang einsame... Bumarang einsame... Boop boop... Oxygen... New creature discovered... Und dann... Hast du einen... Boom boom boom... Boomerang... Dann geht Wien... Boom boom boom... Puh... Hm. Okay, der geht ehemlich nicht. Mhm. Ja. So, was kann ich denn dann noch so abschlagen und überhaupt? Vielleicht nochmal irgendwas von den... Säurepflanzen oder so? Äh, die sind jetzt anderen Dinger hier fast gesagt. Schlingpflanzen, nicht Säurepflanzen. So. Schneide die Dinge... ...mit dem Messer. Okay. Warte mal, was habe ich da jetzt? Äh... Oha. Mhm. Ähm... Äh... Ach so, das war das Foto, was ich gemacht habe. Jetzt wollte ich ja gar nicht. So. Hm. Habe ich jetzt hier... Pflanzen... Schlingpflanzen... Probe, ja. Stimmt, ich brauche ja nochmal ein bisschen Silikon. Ähm, stell ich das mal eben her. Ein bisschen Silikon... Ja, das kommt hier schon. Kupferdraht... Kann ich da herstellen? Fasergewebe... Schlingpflanzenprobe mal zwei... Okay. Äh... Äh... Ich mache einmal die Probe. Hm. Äh... Was wäre hier... Ausrüstung? Ne, aber Ausrüstung ist nur das... Medi-Kit. Ah ja. Nipp, hier ist nichts besonderes. Eine Teilschmulllampe, da brauche ich dann Batterie und Glas. Hm. Da brauche ich dann erstmal wieder einen Pilz. Okay, das hätten wir ja. Eine Energiezelle, tragbare Energiezelle mit hoher Kapazität. Äh... Für was bei dir ist nochmal gut? Ähm... Moment... Wofür war ich noch eine Energiezelle nochmal? Ich nehme jetzt nochmal die... Ähm... Ähm... Warte mal... Säurepilze habe ich ja. 1, 2, 3, 4, 5 habe ich da. Säurepilze. Muss ich doch eine Batterie herstellen können. Äh... Wieso geht das da nicht? Säurepilz mal 2? Wieso wird mal eine angezeigt? Hier im Inventar. Säurepilz. 1, 2, 3... Ach so, das sind Sporen. Äh... Gut, das Bild ist aber dasselbe. Moment... Hier ist noch einer. Säurepilz. Äh... So... Batterie? Batterie, bei der Ra, bei der Hauptsatz. Messer. So, was wollte ich denn jetzt da noch herstellen? Ähm... Jetzt habe ich das da schon wieder vergessen. Was war das denn nochmal? Ne. Messer habe ich? Ich glaube die Lampe, ne? Glas brauche ich jetzt noch. Glas... Hm... Glas... Hm... Äh... Äh... Da kommt Glas... Das geht... So... Und jetzt habe ich ein Detailschuhlampe. Babapapa... Jetzt geht man eigentlich auf. Hahaha... So... Wow, ist die hell. Hm... Seitdem werde ich jetzt das Gesicht mein... Moment... Einmal kurz runter, ich nehme das jetzt nochmal mit hier. So... Lass mal gucken... Oh ja... Energie... 99%... Wow... Die ist richtig hell. Da kann man nicht meckern. Aber gut... Kann man auch nur machen... Irgendwo wie... Ich meine... Dunkle Höhle hat oder sowas... Muss ich mal sehen... Ich glaube hier ist alles voll... Ich schmeiß ein Ei weg... So... Warte mal, jetzt habe ich das ja hier... Moment... Äh... Fallen lassen... So... Einmal kurz hoch... Oder hier rein, egal... Hm... So... Wie viel Platz nimmt dann die... Unten komme ich nicht hin... Kann ich auch nicht... Äh... Das sind dann Sachen, die ich nicht ablegen kann... Warte mal... Ja... Hier... Da ist hier drin... Äh... Ach... Die verbrauche ich auch noch einen... Okay... Gut... Dann... Mach ich hier jetzt einmal... Äh... Schluss für heute... Sage Danke... Wie immer... Und dann... Bis heute noch vorgehen... Machs gut und... Saug mal nicht ab... Hehe... Bye Bye...